Hallo, ich bin Nadine von Hans-Hanscher Body Talk. Wir sind heute hier, weil ihr uns Spenden gegeben habt. 290 Euro sind zusammengekommen für unseren Weg nach Plesko zur WM. Und wir verlosen heute unter allen Spendern folgende Preis. Preis Nummer 6 ist ein begehrter Body Talk Kugelschreiber. Platz 5 geht an Katrin Jakobs. Platz 5 unsere Body Talk Tasse geht an Melanie Müßler. Platz 4 ein Foto mit unserer Wettkampfgruppe geht an. Platz 3 dritter Preis eine Fattestunde für eine Person geht an. Markus Kühne. Nach 2 Zettel. Nach 2 Zettel. Nach 2 Zettel. Eine Tagestunde für 2 Personen. Nach 3 Zettel. Kann ich jetzt richtig. Geht an. Es nimmt Yassa. Platz 1 ist Personal Training für eine Person. Das ist alles immer im Kursen eurer Wahl. Für Christiane Djalmann. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt auf dem Weg zur WM. Wir sind immer noch fleißig am Sammeln, aber wir sagen noch mein herzliches Dankeschön!